ba 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 da ba... fuck ist es weit weg bitte was? ach du kacke ist es weit weg ach das war hier oben wo wir okay so was wir übrigens machen können in der rein Theorie. Wir könnten so ein bisschen Vervorstellungszeug machen. Also by the way, ich weiß nicht ob ich die Jagdgebiete machen werde. Das geht mir jetzt schon auf die Eier, weil ich es auch nur sehe. Denn wir könnten jetzt hier rüber gehen, hier hin und dann den Bums hier vervollständigen. Würde ich sogar fast machen. Machen wir auch. Die andere Frage ist warum machen wir es? Warum machen wir es? Also in game macht es einfach keinen Unterschied. Das ist das traurige. Oder bekommt man irgendwas wenn man alles gemacht hat? Wir haben jetzt alle Tassen gefunden oder alle alten Gefäße. Bekommt man dafür irgendwas ist die Frage. Komm wieder rum ist die andere Frage. Ich lauf hier rum, ich lauf hier rum. Also wenn es irgendwas in game technisches dafür gibt, dann bin ich da voll dabei. Aber glaube ich nicht dran. Wir müssten halt irgendwie hoch. Scheiße. Toller Berg. Toller Berg alter. What the fuck? Okay. Scheiße. Also wir müssen hier hoch und dann hier rüber oder? Also die ist ja 100% hier oben drauf. Ja ok scheiße. Aber hier gibt es, was ich weiß, gibt es später was. Ja. Aber ich bin die ganzen Jägerprüfungen auch nicht, weißt du? Aber ich habe die ganzen Jägerprüfungen auch nicht geschafft. Also auch nicht, weil einige echt schwer sind davon. Das ist natürlich dann schwierig. Hm? Wie heißt unser Schneeflittchen? Mit was? Aber stimmt, ich habe ja so reine Haut wie... Wie Schmirgelpapier. Was bist du denn? Das verstehen die Auswärtigen wieder nicht. Schmirgelpapier. Obwohl es einfach so viel Sinn macht das Wort. Es ist Papier, dass wir uns... Ne, rotes Licht halt stehen bleiben. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Fuck. 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 Mein Gott. Was hab ich schon mit dem Bogen ausgerüstet? Und doch? Upsala! Kannten wir... Ich zieh's einfach durch. Oh nein. Oh nein. weg so könnte ich den dankeschön was ist denn los mit euch als ob das vorbei war das macht doch keinen sinn so und abfahrt ach das hau ich selber weg ist okay habe ich die reine haut noch nicht meine gute noch nicht noch nicht ich war gestern mit jemandem make up shoppen der hat eine wasserallergie was wusste ich auch nicht dass es sowas gibt also ich kannte nur einen aus meiner schule damals aus meiner klasse der hatte anscheinend eine allergie hat es zumindest geheißen ob es wirklich so war keine ahnung am gegen regenwasser also mal ist wasser aus dem hahn warum auch immer war okay aber gegen die regenwässer da ist irgendwie aufgedunst oder so das vielleicht war auch ein schwammkopf ich weiß es nicht das hat mir auf jeden fall echt gleich getan in der zeit nicht aber jetzt auf jeden fall haut wie ein krusten braten ja ich bin der hans wenn ein bärenkatapult mit strahlechsten du und deine strahlechste doch meine maske ist nämlich durch wieso ist sie durch meine gute hast du die in die pfanne gehauen ich habe noch null da also wenn die scheiße jetzt nicht hier oben ist dann drehe ich durch fuchsi no don't don't jump ja und er ist nicht gechumpt sehr gut hier ist sie sie ist gerade die frage wer schreit denn da auch hier schreit es gibt doch so viele blumen holy shit warum gibt es so ich weiß nicht ob ich fertig machen will ich weiß nicht ob ich 100 prozent machen will man bekommt nichts dafür und das macht mich einfach wirklich wahnsinnig ich weiß ich bin da eigen aber ich weiß nicht ob ich es machen möchte ich hätte ich hätte jetzt viel mehr lust eher der der haupt story einfach zu folgen und das ein bisschen zeug machen was ich vermutlich auch machen werde machen wir es so wie wir gehen hier und nehmen den lang hals noch mit die man einen wunderschönen guten abend hi grüß dich na du was geht die maske ist durch ich heiß karlas media karl hat mich beschworen warum tut sie sowas also kinder ihr müsst ihr nicht aus zwang her kommen ne das ist das wisst ihr hoffentlich ich meine nur gar danke für den giftigen stimmt warst du dabei ne siehst du mal karl ist dann einfach ein ehrendulli so schauts aus la di da di da di da da bu wir warten ich komme nicht aus zwang wo hast du gezwungen das zu sagen der ewig werdende kreis des zwangs so schauts aus na und salve zurück mein guter salve was tut die kunst hä ich habe nichts gemacht was für eine kunst also wenn du das jetzt kunst abstempeln möchtest dann ist es aber schon sehr sehr hoch gegriffen ne das ist aber schon sehr sehr hoch gegriffen können wir da unten vorbei ist die frage wir können uns auch so ein stier holen aber das möchte ich eigentlich gar nicht wie gesagt ich laufe einfach lieber wir sind hier aus freien stücken ne schaut nervös als die wächter mit der maschinenpistole in der hand an ja ja übrigens apropos maschinenpistole das spiel was ich jetzt momentan wieder für mich entdeckt habe ist potato soviel zum thema maschinenpistole ne mega gut potato ist super super witzig du schweinesau ich wollte schon sagen warum dodge der nicht na lalala Hase mein guter grüß dich gar nicht gesehen mein bester wie geht es dir wie geht es dir wie geht es dir was gibt was gibt es neues war weg everybody Angel meine gute danke dir ist sehr sehr lieb von dir sehr sehr lieb von dir sehr sehr lieb von dir meine gute also Hase wie geht es dir was gibt es neues geht es besser gesundheitlich gesundheitlich her meine ich mein letzter stand war du warst wieder ein bisschen angeschlagen ne war da nicht was bin mir nicht sicher denn du kennst mein Hirn es ist voller lücken und alles dazwischen drin ist oh leil ist nicht ausgefüllt mein Hirn ist voller lücken und alles dazwischen funktioniert nicht so das macht glaube ich ganz viel Sinn na 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 nana so lange spaß macht na 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 hase ist wichtig der braucht ein sub das stimmt wichtig ist auf jeden fall ich rieche farben ich höre geräusche es geht sogar ich sehe geräusche es geht auch man sie zumindest die schwingungen krank 15 jahre was es ist das meine ich jetzt aber nicht das war es nicht das was ich gemeint habe ich krieg das von hier unten aktiviert sehr gut lagerfeuer lala war für gesund und die restlichen 30 jahre was soll mit den nein ich bin gleich da irgendwie mich einfach dank ich will es jetzt sein ein gaming loses da sein lapid was lapidar habe ich gelesen läppig ladekabel vergessen was kauft ihr neun kann man da hoch und kann man hoch ja lang halt so liebe steigen wie immer den foot so so abfahrt ach so darüber und dann hoch es ist ja nur die frage ok hat der 110 leben oder wie viele wie viele gangster gibt es hier genau einen oder was ist sein ernst gibt es nur hier gibt es nur einen kultisten oder was wir auch immer der heißen soll hat für mörder da sind doch welche so da ist einer gott ich sehe das alles gar nicht weiß ok nehme ich mit da hinten da ist einer da ist einer da das sieht man alles gar nicht braucht keinen sap die anderen sind wichtiger die anderen kanäle so nie endlich darf ich selber entscheiden was er macht kopfschuss und abfahrt mein guter und abfahrt da oben sind die dumm sind die dumm dabei weiß man auch das lange hält sind nur am platt sterne fressen wir gehen von oben nach unten da unten sind noch welche ja da ist auch noch einer das müssten ja eigentlich mega viele sein das ist ein riesengebiet hier was bist du denn ach du kacke wir gehen noch mal kurz rüber Soko grüß dich Soko mein guter grüß dich na du wie geht's dir wie geht's dir wie geht's dir wie war Dark Souls 2 gestern noch hast du noch eine eine Evelyn gefunden und so weiter ich hoffe es erfasst so der Lümmel da ist noch ein Lümmel und da oben ist Zeug wie komme ich denn da hoch wobei du bist ja auch schon Zeug ne ach das ist Muni einfach noch hmhmhmh ich find's so schön dass es funktioniert ne das ist wundervoll nein stirb einfach mein Freund bitte danke so sorry mit Eshel diskutiert man nicht richtig das viele Fehler habe ich mal gemacht das war nicht gut schwierig nö ich hab dann nach der Reaktion was ist Reaktion und hast einfach ausgemacht ja ey Schatz seit zwei Jahren ist die Dauersapper hier das ist ehrenvoll bis zum geht nicht mehr ach nach der Reaktion hat es aufgehört die hat auch eine halbe Stunde gedauert habt ihr das komplett durchgeschaut ja sowas finde ich halt affig wenn man sorry aber wenn man halt ein Reaktion Video so eine halbe Stunde macht ne das ist schwierig ich weiß nicht ich weiß nicht da 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 anstand und ordnung muss sein immer so du Aschuhl ah Willkommen im Schnurr-Bereich, meine Lieben. Na, ich kriege keine Munition mehr. Am Arsch. Was soll das denn? So, du Penner. Scusi. Sub hier, sub da. Wieso denn? Na, ist ein wichtiges Thema. Als ob. Und Abfahrt. Sehr gut. Okay, erst muss ich nur noch zum Kopf holen. Tschüss, irgendwas. So. Du sagst auch noch selten wo ein. Ja, bei mir ist es sogar so, ich follow auch noch selten irgendwo rein. Ich mache es halt immer so, wenn ich irgendwo raide oder sowas, ich lasse ein Follow da, um zwei, dreimal reinzuschauen. Und wenn es mir halt dann gar nicht taugt, dann bin ich auch wieder weg. Ist es einfach so. Das Ding ist, es wurde sich gewünscht, aber immer zum ungemäßigen Zeitpunkt. Ja, wie gesagt, ich verstehe es ja, wenn es so zwei, drei Minuten und fünf Minuten Videos sind. Ja, von mir aus, ne. Aber eine halbe Stunde ist halt wirklich, wirklich, na. Wie Steve vorhin schon gesagt hat, kann man auch hier anwenden, Anstand und Ordnung, muss schon sein. Es sind überall Lümmel, das ist nicht okay. Und Abfahrt, kommt. Das war jetzt der vorletzte Langhals, oder? Ja, ab 35. Das müsste jetzt der vorletzte Langhals gewesen sein. Sag mal, hat der, hat der jetzt alle getötet? Nee. Ich war gerade noch gegen, ja. Hat der gerade alle getötet? Kann das sein? Das ist pure Belastung. Langhals sind eine sehr coolere Umsetzung der Far Cry Türme. Besonders, dass jetzt anders ist, hier versuchen die Eclipse einen zum Fall zu bringen und das Ganze wird im DLC im nächsten Teil noch besser. Ist das so? Also ich kenne das Prinzip ja nicht aus Far Cry, sondern einfach aus Assassin's Creed. Was das angeht. Also die Aussichtstürme halt einfach. Ich schaue jetzt ein paar Mal rein, bevor ich folge. Ja, aber das Problem ist, ich kann mir, ich bin doof. Weißt du ja. Ich kann mir die Kanäle ja nicht merken. So, begibt sich der Scheuerfels. Das machen wir auf jeden Fall. War das auf der Hauptquist? Ja, genau. Okay, okay. Dann machen wir das auch. Können wir uns vielleicht sogar probieren es halt einfach mal aus. Wir skillen uns hier jetzt einfach mal nach unten und holen uns dann hier nochmal eine Reihenmaschine. Ist das so? Ich hatte letztens ein 1 Stunden Video, aber da habe ich vorgespürt und macht die Geschwindigkeit hoch, wenn es langweilig finde. Also. Ist alle tot? Ist alle tot? Schwierig. Alle in die Glut gefallen. Bin bitte mal zu Kohle geworden. Oh je. Oh je. Es tut mir, es tut mir leid. Das war ich nicht. So. Laufen wir einfach den Weg lang. Dann können wir hier noch Blume abgreifen. Und Blume abgreifen. Sehr gut. Wo muss ich hier drüben noch? Ja. Und das sind immer komplette Siedlungen, oder? Ja. Wünsche passen so. Wui. Tschau. Lalalala. Ne, aber. Also. Weiß ich. Ist. Ist. Bin ich da zu engstinnig? Bin ich da wieder zu freundlich? Bin ich da doof? Ich weiß es nicht. Ähm. Wenn man sowas rein macht mit. Ähm. Wenn man eine Raction rein macht. Ne. Dann. Gebt mir doch als. Als. Ähm. Bezahlender Lümmel her. Und schaut, dass es den. Den Stream. Ähm. Flow nicht unterbricht, oder? Oder bin ich da. Wie gesagt. Einfach zu doof. Ich weiß es nicht. Alpha Kevin. Ja Angel. Ich war heiß. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Uh. Das ist ein Sturmvogel, ne? Das müsste ein Sturmvogel sein. Ja. Tatsache. Ich weiß es doch. Aha. Ähm. Warte ein Moment. Du mein Freund. Bist mir definitiv zu groß. I don't like you. Bitte was? Das sind zwei. Okay. Ich lauf dran vorbei. Das sind plus zwei. Hm. Bin ich voll dabei. Du siehst mich nicht. Du bist dumm. Weg. Das ist nur die Frage, wo, 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 wo das Blümchen ist, ne? Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Angsthase? Nee. Ich kalkuliere. Stell dir vor, es ist ja drei. Dann ist alles viel einfacher. Das stimmt allerdings. Hm. Gut. Ich sehe es noch nicht oder ist es... Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Also, Ziel werden oder Sinn machen wird es natürlich, wenn es direkt zwischen den beiden wäre. Ne? Klingt komisch, ist auch so. Aber sehen tut man es nicht wirklich, ne? Kann man das Ding irgendwie entdecken, ne? Es werde irgendwo in der Mitte sein, das scheiß Ding. Och, Mann. Och, Mann. Musik habe ich mir das noch nie zum Reacken bekommen. Musik, was willst du auch? Musik auch Reacken. Entweder ja mag ich oder ja mag ich nicht. Wo ist die Wichsblume? Holy shit. Also, da drüben kann es ja schon gar nicht mehr sein. Bei dem Lümmel. Jetzt muss er hier irgendwo sein. So eine Kacke. Ist sie da? Da ist sie. Okay, da wieder rein. Die haben nicht bloß tolle Lieb. Auf alle Fälle. So. Und weg. Du kannst es komplett knicken, dass ich hier bleibe. Wobei, da drüben ist ein Lagerfeuer, ne? Gehe ich hier raus? Ja, komm. Abfahrt. Lalalalalala. Alter, nee. Nee, 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 nee. Also, bei einem hätte ich gesagt, okay, wir probieren es nochmal. Hast du eine Schleudersmelly? Heißt ich, heißt ich, heißt ich, heißt ich, heißt ich David? Nee, habe ich nicht. Wee. So, Abfahrt. wieso so rum? Sie habe ich dir schon echt groß aus. Warum ist das so viel Zeug hier? Schnapp Maul. Was macht ihr alle hier? Gammelt euch doch mal weg. Macht es einfach gegen die unbedingt. Safe Call. Möge dich der nächste Steinbrecher? Der nächste Steinbrecher? War das nicht der Maulwurf? Und was heißt hier Feigheit? Was heißt hier eigentlich Feigheit? Ich bin einfach das schnellste im Club. Zack. Zack. So schaut sie mich aus. Button Smashing. Da kommt einfach keiner hinterher. Da rollt sie durch die Prärie. Ach mit der Quest? Ernsthaft? Achso ist es... Was bist du von... Was ist denn mit der... Die Karte war gerade leicht kaputt. Achso solange die Quest aktiv ist, ist hier, ist hier, ist hier die Scheiße am Dampfen oder was? Schwierig. Ne aber Damenbücher bekommst du nicht ein Award. Ach Steve. Ach Steve. Ach Steve. Nein nein nein. Schnapp Maul. So nächste Blümche ist hier oben erst. Wie weit ist es weg? 300, 400 Tacken. Das geht. Das kommt mir gelegen. Nicht mit dieser ist nur einer. Wie mit einer? Einfach dass ich generell, dass man, dass mein Quest Weg hier lang läuft oder was? Also könnte ich Quest ausmachen und alle Maschinen werden weg oder was? Ach eine, die ich noch nicht hab. Achso. Achso. Also könnte... Also kann man hier quasi langfristig auch die Maschinenproduktion zurückschrauben lassen oder was? Ok. Was war jetzt gerade hier so laut? Holy shit. Wo ist der Ausdauerbergen? Der existiert nicht. Das ist nicht Dark Souls. Ok. Ist jetzt äh Trampler ne? Verwüster. Das war's. Verwüster. 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 Ähm. Ne das war ein Trampler. So. Einfach. Weil ich's kann. Wait. Ähm. Zuerst. Wait. Wie war das? Ähm. Zuerst mit dem Dings draufhauen oder einfach Vollgas drauf? Wie rum war's? Ne. Es gibt eine Quest. Diese steht in Verbindung mit den Schnappbeuteln. Und Gau hab ich dort. Die sind dann noch weniger. Ja. Aber nur dort und geht auch sonst nicht. Achso. Einfach Vollgas. Sehr gut. Du Wichser. Pff. Ok. Ich bin bereit. Ich hab keine Wahl. Ich bin nicht hier. Nein, nein, nein. Ich bin nicht hier. Pssst. Zupf dich. Wupp dich. Zupf dich. Einfach weg. Dankeschön. Pff. Tschuldigung. Hat er mich ein bisschen verwirrt. Was macht denn er da oben? Plopp. Hat der mir se... Der hat mir grad sein Ess präsentiert. Der Lümmel. Wer ballert hier? So. Kasi. Grüß dich mein Gut. Einen wunderschönen. Na. Wie geht's dir? Löllberger. Der Wichser. Wie war Resi 7? Ah. Egal. Nekelhaftes. Kleines Monster. Guck mal das hier. Ne mein Freund. Das macht jetzt Bumm. Bei uns verstanden. Danke. Pff. Ganz gut soweit. Nice. Ok. Komm. Flup. Ist hier noch irgendwas anderes? Könnt dich bitte einfach auf den Bauch drauf hauen? Ich will doch nur Bumm machen. Genauso. Bumm. Hahahaha. Tschuldigung.